Hallo, hier ist der Christian von easyinsure.ch. Schön, bist du auch heute wieder dabei. Und zwar habe ich heute wieder ein Erklärvideo zum Thema Hausbau. Was brauche ich da für Versicherungen? Falls du Wohneigentum, eine neue Wohnung oder ein Haus kaufst, was du dort für Versicherungen brauchst, gibt es ein separates Video hierzu. Hier in diesem Video geht es wirklich nur um den Bau eines Hauses. Das legen wir los. Ich habe wieder eine Checkliste erstellt. Es gibt vier Versicherungen, die relevant sind. Du findest diese Checkliste nach der Marisa auf YouTube, auch auf Instagram. Teilen, liken, folgen, vermehren. Würde mich sehr freuen. Legen wir los. Punkt Nummer eins ist die Bauzeitversicherung oder einfacher auch gesagt die Rohbauversicherung, die du für ein Haus brauchst und abschließen solltest. Denn im Grundsatz sind dort Sachen wie Feuer- und Elementarschäden versichert, aber auch Sturmwind. In der Regel ist diese Versicherung sogar obligatorisch. Das heißt einfach, dass dein Fundament nicht irgendwie um die Ohren fliegt oder abbrennt. Unbedingt machen. Punkt Nummer zwei. Die Bauwesenversicherung. Und da geht es darum, dass die Bauwesenversicherung Sachen deckt, die beschädigt werden während dem Bau. Was heisst das konkret? Konkret heisst das zum Beispiel, man baut zweistöckig. Der zweite Stock fällt ein. Die Decke stürzt ein. Beispielsweise solche Sachen. Die sind dann versichert. Respektive natürlich die daraus entstehenden Reparaturarbeiten. Ist im Grundsatz etwa eine Vollkasskildeckung wie beim Auto. Aber hier geht es ja dann um die Bauphase. Die empfehle ich dir im Grundsatz. Dann als dritten Punkt die Bauherrenhaftpflichtversicherung. Auch die empfehle ich dir und lege ich dir ans Herzen. Was deckt dann diese Bauherrenhaftpflichtversicherung überhaupt? Im Grundsatz musst du dir das so vorstellen, dein Bauobjekt kann, auch wenn es unbewährlich ist, aber es kann durchaus passieren, andere Leute, die unbeteiligt sind, daran verletzen oder beschädigen. Und für das brauchst du diese Bauherrenhaftpflicht, denn du bist dann im Prinzip haftbar für Schäden, die dein Objekt, auch wenn es steht, kann verursachen. Schwierig zum Verstehen, aber gibt es durchaus. Entsprechend Bauherrenhaftpflicht ist ein Must, weil sonst musst du es aus der eigenen Tasche zahlen. Und das empfehle ich dir nicht, weil es extrem teuer werden kann. Zweiter Punkt bei der Bauherrenhaftpflicht ist auch wichtig. Du hast einen passiven Rechtsschutz dabei. Das heisst, wenn jemand an dich, deinem Objekt, irgendwelche Ansprüche stellen würden, die ungerechtfertigt sind, würde die Bauherrenhaftpflicht diese auch entsprechend ablehnen. Dann Punkt Nummer 4, Baugarantieversicherung. Wichtig im Grundsatz ist es ja so, dass nach der Bauabnahme, also das ist fertig gewalt, das haust du jetzt, gibt es ein Agreement zwischen dir als Abnehmer und dem Bauherrn. Wenn ihr euch dort nicht findet oder gewisse Sachen eher nicht auf Garantie machen will, du aber gerne hättest und dann gibt es einen Streit, dann ist die Baugarantieversicherung hierfür da, dass sie zwischen euch beiden vermittelt, eine Lösung findet entsprechend und dass dann entsprechend auch das Objekt vom Erbauer an den neuen Besitzer so übergeben werden kann, wie man sich das beidseitig vorgestellt hat. Und es schützt dann auch beide Parteien, sodass beide entsprechend happy sind. Nun, ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen. Bitte liken, teilen, feedbacken, weiterempfehlen. Würde mich sehr freuen. Auch kommentieren unter der Spalte bei YouTube. In diesem Sinne, saizienschurum.ch Bis zum nächsten Mal. Mach's gut und pass auf dich auf. Ciao.